hallo herzlich willkommen zum nächsten video der sachsengriller es ist wieder freitag wir haben bock auf touch ofen und wir haben uns mal was einfallen lassen und zwar wieder aus der region es gibt heute bei uns sächsisches senffleisch mit selbstgemachten senf wie wir das gemacht haben was wir alles für zutaten benötigt haben das zeigt euch jetzt andere ich gehe ans telefon viel spaß für unser sächsisches senffleisch brauchen wir folgende zutaten hier vorne haben wir ein bisschen rindfleisch eine salatgurke paar zwiebeln unser selber gemachten senf dann haben wir unten drunter noch bumpernickel liegen und zum abwürzen nehmen natürlich unsere gewürze vom achterhof da wären hier kreuzgümmel ein bisschen sellerie salz koriander pfeffer und hier hatten wir noch im tk ein paar schöne kräuter so petersilie und was wir damit machen das zeigen wir euch jetzt am touch ofen sind wir jetzt angekommen wie ihr seht haben wir schon ein bisschen wasser herein gegossen in unseren touch ofen unser rindfleisch haben wir jetzt schon mal mit der hälfte von den gewürzen gewürzt also mit salz pfeffer kümmel koriander das kommt jetzt ins wasser mit hinzu so dass das fleisch mit wasser schön bedeckt ist so schaut das gut aus jetzt kommen unsere zwiebeln noch mit hinzu das waren alle sieht viel aus aber wird bestimmt auch gut schmecken das ganze werden wir jetzt noch umrühren und werden jetzt das fleisch in der brühe garen so wie gesagt mal kurz durchrühren und dann kommt die anderen hälfte von unseren gewürzen noch mit hinzu und was ich euch natürlich leider vor uns unterschlagen hat hier sind noch ein paar melken mit drin die hatten sich vor ein bisschen versteckt einfach mit dazu die restlichen gewürze noch mal kurz durchrühren und jetzt das fleisch garen lassen so wir schauen mal in unseren touch ofen nach der marco unterstützt mich heute mal das fleisch heute ausnahmsweise mal darf ich mich unterstützen genau das fleisch hat jetzt lange genug geköchelt jetzt kommen unsere anderen zutaten mit hinzu die gurken haben wir hier schön in stückchen geschnitten und unser pumpernickel kommt auch noch mit hinzu aber auch ganz fein geschnitten das ganze umrühren und das lassen jetzt noch mal schön aufkochen so dass es eine schöne sämische konsistenz erreicht unser sächsisches sendfleisch haben wir jetzt ein bisschen einkochen lassen jetzt kommt natürlich die wichtigste zutat eigentlich mit dazu unser senf hier werden wir jetzt erst einmal zwei gehäufte teelöffel reinmachen denn wenn ihr das vorgehende video gesehen habt mit unseren selber gemachten senf das war pikant also ein bisschen schärfer wie mittelscharf deswegen werden wir uns jetzt hier ran tasten wir werden wie gesagt zwei teelöffel erstmal nehmen und werden nach und nach mal ein löffel rein halten mal abschmecken ob wir dann noch ein bisschen mehr senf mit herein geben oder nicht aber das werden wir euch natürlich dann alles ganz genau erzählen ich bin wieder da so wie gesagt wir haben zwischen tors zwischen tors also zwischen tors mal abgeschmeckt wir haben noch mal drei esslöffel von unseren senf hinzu getan das war noch ein bisschen zu lasch gewürzt jetzt kommt unsere letzte zutat unsere kräuter hinzu die lassen wir jetzt bloß noch mal ganz kurz aufkochen und dann würde ich sagen ab zum verkosten es wird zeit der andere ist durch das fleisch ist durch das video ist durch wir kommen zum verkosten geruchstechnisch wieder eine andere richtung mal schauen sechstiges senfleisch geschmackstechnisch auch wieder komplett andere richtung der senf macht sein aller ehre wusten ich finde es lecker mann bis das fleisch dann kommt die garten kräuter diese kräuter in dem abgang dann diese schärfe von dem senf aber auch der senf geschmack allgemein der ist ja nicht selbst der senf geschmack der zieht sich natürlich durch das ganze kauen wenn es mal aber so in den einzelnen stufen also am anfang die kräuter dann der senf dann die schärfe im hintergrund verlangen noch mehr werde ich jetzt tun wenn ihr nicht gerade unseren selber gemachten sand habt könnt ihr auch ganz normalen mittelschrafen nehmen den bautzner auf jeden fall milder würde ich dann aber nicht angehen dann fehlt euch bisschen der geschmack die würze die schärfe das ist natürlich nach jedem geschmack variabel aber so mit unseren sachen da kann man nur noch sagen auch wieder mal zum nachmachen empfohlen wenn euch das video gefallen hat gebt uns dann noch oben abonniert unseren kanal und dann würde ich sagen verabschieden wir uns ins wochenende und sehen uns zum nächsten video eure sachsenkörner andreas marco